Hallo liebe Fußballfreunde, Thema TSV Standbach, Entschuldigung, Regionalliga Südwest 2021-2022, Entschuldigung, 19 Spieltag, Entschuldigung, TSV Standbach gegen DSG Hoffenheim U23. Entschuldigung, Dr Ekman 2020- 327,'s wart's, da schon, Kampfsbelohnleidenschaft reingeschränkt. Startelf von Teso Steinbach. Startelf von Teso, Hoffenheim, U23, Belieb, Sitzaraka, Saler, Richter, Köhle, Ehrab, Brückerde, Ott, Göttenhöchel, Gahn, Anka, Bröschenwachs. Das war's von Teso Steinbach gegen Teso, Hoffenheim, U23, 22 Uhr, 18.